Robert E. Howard, Solomon Cain, Die Hügel der Toten, eine Produktion von Der Vorleser, gelesen von Benjamin Werner. Kapitel 1. Voodoo. Die Zweige, die Nlonga auf das Feuer warf, knackten und knisterten. Die auflodernden Flammen erhellten die Gesichter der beiden Männer. Nlonga, der Voodoo-Meister von der Sklavenküste, war sehr alt. Seine schrumpelige und knorrige Gestalt war gebeugt und zerbrechlich. Sein Gesicht von Hunderten von Falten zerfurcht. Das rote Feuerlicht glitzerte auf den menschlichen Fingerknochen, aus denen seine Halskette bestand. Der andere war ein Engländer. Sein Name war Solomon Cain. Er war groß und breitschuldrig und trug ein schwarzes, enges Gewand. Das Gewand der Puritaner. Sein federloser Schlapphut war tief über die schweren Brauen gezogen und beschattete sein blasses Gesicht. Seine kalten, tiefen Augen funkelten im Licht des Feuers. »Du kommst wieder, Bruder«, dröhnte der Zauberer in dem Jargon, der an der Westküste als gemeinsame Sprache von Schwarzen und Weißen galt. »Viele Monde sind verbrannt und gestorben, seit wir die Blut Zusammenkunft vollzogen haben.« »Du gehst zur untergehenden Sonne, aber du kommst zurück.« »Ei«, Cain's Stimme war tief und fast gespenstisch. »Euer Land ist düster und longer, ein rotes Land, durchzogen von der schwarzen Dunkelheit des Grauens und den blutigen Schatten des Todes.« »Doch ich bin zurückgekehrt.« Longa schürte das Feuer, sagte aber nichts, und nach einer Pause fuhr Cain fort. Dort drüben, in der unbekannten Weite. Sein langer Finger stach auf den schwarzen, schweigenden Dschungel, der jenseits des Feuerscheins brütete. Dort liegen Geheimnisse und Abenteuer und namenloser Schrecken. Einst wagte ich mich in den Dschungel. Einmal hätte er fast meine Gebeine gefordert. Etwas drang in mein Blut. Etwas stahl sich in meine Seele wie das Flüstern einer unbenannten Sünde. Der Dschungel, dunkel und brütend. Über Meilen des blauen Salzmeeres hat sie mich gelockt, und mit der Morgendämmerung gehe ich, um ihr Herz zu suchen. Vielleicht finde ich merkwürdige Wunder. Vielleicht erwartet mich mein Untergang. Aber besser der Tod, als das unaufhörliche und ewige verlangen, das Feuer, das meine Adern mit bitterer Sehnsucht verbrannt hat. »Sie ruft«, murmelte Nlonga. »Nachts schlängelt sie sich wie eine Schlange um meine Hütte und flüstert mir seltsame Dinge zu.« Ah ja, der Ruf des Dschungels. »Wir sind Blutsbrüder, du und ich, ich und Longa, mächtiger Träger der namenlosen Magie. Du gehst in den Dschungel, wie alle Männer, die ihren Ruf hören. »Vielleicht überlebst du. Vielleicht stirbst du. Du glaubst an meine Kunst?« »Ich verstehe sie nicht«, sagte Cain grimmig. »Aber ich habe gesehen, wie du deine Seele aus deinem Körper herausgeschickt hast, um einen toten Leichnam zu beleben.« »Ei, ich Nlonga, Priester des schwarzen Gottes. Nun schau, ich wirke Magie.« Cain starrte den alten Voodoo-Priester an, der sich über das Feuer beugte, gleichmäßige Bewegungen mit seinen Händen machte und Beschwörungsformeln murmelte. Cain sah zu und erschien schläfrig zu werden. Ein Nebel waberte vor ihm, durch den er schemenhaft die Gestalt von Nlonga sah, die sich dunkel gegen die Flammen abzeichnete. Dann verblasste sie. Cain erwachte mit einem Schreck. Die Hand schnellte zu der Pistole an seinem Gürtel. Nlonga grinste ihn über die Flamme hinweg an, und in der Luft lag der Duft der frühen Morgendämmerung. Der Beschwörer hielt einen langen Stab aus seltsamen schwarzem Holz in den Händen. Dieser Stab war auf eine eigenartige Weise geschnitzt, und ein Ende lief zu einer scharfen Spitze aus. »Dieser Voodoo-Stab«, sagte Nlonga und drückte ihn dem Engländer in die Hand. »Wo deine Pistolen und dein langes Messer versagen, rette dich dieser.« »Wenn du mich brauchst, lege ihn auf deine Brust, falte deine Hände darauf und schlafe. Ich komme zu dir in deinen Träumen.« Cain wog das Ding in seiner Hand, höchst misstrauisch gegenüber Hexerei. Er war nicht schwer, schien aber hart wie Eisen zu sein. Zumindest eine gute Waffe, entschied er. Die Dämmerung begann gerade, sich über den Dschungel und den Fluss zu stehlen. Kapitel 2 Rote Augen Solomon Cain nahm seine Muskete von der Schulter und ließ den Schaft auf die Erde sinken. Stille lag über ihm wie ein Nebel. Cains faltiges Gesicht und seine zerschlissene Kleidung zeigten die Folgen einer langen Wanderung durch den Busch. Er blickte um sich. In einiger Entfernung hinter ihm tauchte der grüne, dichte Dschungel auf, der sich zu niedrigen Sträuchern, verkümmerten Bäumen und hohem Gras ausdünnte. Nicht weit vor ihm erhob sich der erste Teil einer Kette kahler, düsterer Hügel, die mit Felsbrocken übersät waren und in der unbarmherzigen Hitze der Sonne schimmerten. Zwischen den Hügeln und dem Dschungel erstreckte sich ein weites, unebenes Grasland, das hier und da von Dornenbüscheln unterbrochen wurde. Über dem Land herrschte völlige Stille. Das einzige Lebenszeichen waren ein paar Geier, die schwerfällig über den fernen Hügeln kreisten. In den letzten Tagen hatte Cain die zunehmende Zahl dieser unappetitlichen Vögel beobachtet. Die Sonne wanderte nach Westen, aber ihre Hitze war keineswegs gebrochen. Er zog seine Muskete hinter sich her und ging langsam vorwärts. Er hatte kein Ziel vor Augen. Dies war alles unbekanntes Land und die eine Richtung war so gut wie die andere. Vor vielen Wochen hatte er sich mit der aus Mut und Unwissenheit geborenen Zuversicht in den Dschungel gestürzt. Wie durch ein Wunder hatte er die ersten Wochen überlebt und war nun zäh und abgehärtet und in der Lage, es mit allen grimmigen Bewohnern der Wildnis aufzunehmen, die sich ihm in den Weg stellten. Als er weiterging, bemerkte er gelegentlich eine Löwenspur, aber es schien keine Tiere im Grasland zu geben, jedenfalls keine, die Spuren hinterließen. Geier saßen wie schwarze, berütende Erscheinungen in einigen der verkümmerten Bäume und plötzlich sah er in einiger Entfernung eine Regung zwischen ihnen. Mehrere der düsteren Vögel kreisten über einem hohen Grasbüschel, tauchten ab und erhoben sich wieder. Irgendein Raubtier verteidigte seine Beute gegen sie, entschied Cain und wunderte sich über das Fehlen des Knurrens und Brüllens, das solche Szenen normalerweise begleitete. Seine Neugierde war geweckt und er lenkte seine Schritte in diese Richtung. Als er sich schließlich durch das Gras drängte, das ihm bis zu den Schultern reichte, sah er wie durch einen mit den wuchernden Halmen ummauerten Korridor einen grässlichen Anblick. Der Leichnam eines schwarzen Mannes lag mit dem Gesicht nach unten und als der Engländer hinschaute, erhob sich eine große, dunkle Schlange und glitt ins Gras, die sich so schnell bewegte, dass Cain ihre Art nicht bestimmen konnte. Aber sie hatte eine seltsame, menschenähnliche Anmutung. Cain stand über dem Körper und stellte fest, dass die Gliedmaßen zwar schief lagen, als wären sie gebrochen, das Fleisch aber nicht zerrissen war, wie es ein Löwe oder Leopard getan hätte. Er blickte zu den herumschwirrenden Geiern hinauf und sah zu seinem Erstaunen, dass mehrere von ihnen dicht über der Erde dahin glitten und dem sich bewegenden Gras folgten, das den Kurs des Dings anzeigte, das vermutlich den schwarzen Mann getötet hatte. Cain fragte sich, was die Aasvögel, die nur Tote fressen, im Grasland jagten. Aber Afrika ist voll von unerklärlichen Rätseln. Cain zuckte mit den Schultern und hob erneut seine Muskete. Abenteuer hatte er genug erlebt, seit er sich vor einigen Monaten von Longa getrennt hatte, aber immer noch trieb ihn dieser namenlose, paranoide Drang weiter und weiter, immer tiefer in diese unwegsamen Weiten. Cain vermochte diesen Ruf nicht zu deuten. Er hätte ihn dem Satan zugeschrieben, der die Menschen in ihr Verderben lockt. Aber es war nur der rastlose, unruhige Geist des Abenteurers, des Wanderers, derselbe Drang, der die Karawanen der Nomaden um die Welt schickt, der die Galeren der Wikinger über unbekannte Meere trieb und der die Flüge der Wildgänse leitet. Cain seufzte. Hier in diesem kargen Land schien es weder Nahrung noch Wasser zu geben, aber er war des feuchten, ranzigen Gifts des dichten Dschungels bis zum Tode überdrüssig. Selbst eine Wildnis aus kahlen Hügeln war ihm lieber, zumindest für eine gewisse Zeit. Er warf einen Blick auf die beiden Hügel, die brütend in der Sonne lagen, und machte sich wieder auf den Weg. Er hielt Nlongas Stab in der linken Hand, und obwohl sein Gewissen ihn immer noch quälte, weil er ein so offensichtlich teuflisches Ding aufbewahrte, hatte er sich nie dazu durchringen können, es einfach wegzuwerfen. Als er nun auf die Hügel zuging, brach im hohen Gras vor ihm, das stellenweise höher als ein Mann war, ein plötzlicher Aufruhr aus. Ein dünner, hoher Schrei ertönte, gefolgt von einem markerschütternden Brüllen. Das Gras teilte sich, und eine schlanke Gestalt eilte wie ein vom Wind verwehter Strohhalm auf ihn zu. Ein braunhäutiges Mädchen, das nur mit einem rockartigen Gewand bekleidet war. Hinter ihr einige Meter entfernt, aber schnell aufholend, kam ein riesiger Löwe. Das Mädchen fiel mit einem Heulen und Schluchzen zu Cains Füßen und klammerte sich an seine Knöchel. Der Engländer ließ den Voodoo-Stab fallen, hob seine Muskete an die Schulter und starrte kühl auf das wilde Katzengesicht, das sich ihm jeden Augenblick näherte. Krachen! Das Mädchen schrie einmal auf und sagte auf ihr Gesicht. Die riesige Katze sprang wild und hoch, um dann zu fallen und regungslos liegen zu bleiben. Cain lud hastig nach, bevor er einen Blick auf die Gestalt zu seinen Füßen warf. Das Mädchen lag so still wie der Löwe, den er gerade erlegt hatte, aber eine schnelle Prüfung zeigte, dass sie nur ohnmächtig geworden war. Er badete ihr Gesicht mit Wasser aus seiner Feldflasche und bald darauf öffnete sie ihre Augen und setzte sich auf. Angst überflutete ihr Gesicht, als sie ihren Retter ansah und sie machte Anstalten aufzustehen. Cain streckte eine schützende Hand aus und sie kauerte sich zitternd nieder. Das Dröhnen seiner schweren Muskete reichte aus, um jeden Eingeborenen zu erschrecken, der noch nie einen weißen Mann gesehen hatte, dachte Cain. Das Mädchen war schlank und wohl geformt. Ihre Nase war gerade und mit schmalen Stegen versehen. Sie war von tiefbrauner Farbe, vielleicht mit einem starken berberischen Einschlag. Cain sprach mit ihr in einem Flussdialekt, einer einfachen Sprache, die er auf seine Wanderungen gelernt hatte, und sie antwortete stockend. Der Stamm im Landesinnern handelte mit Sklaven und Elfenbein mit den Flussbewohnern und war mit ihrem Dialekt vertraut. »Mein Dorf ist dort,« antwortete sie auf Cains Frage und deutete mit einem schlanken, geschwungenen Arm auf den südlichen Dschungel. »Mein Name ist Suna. Meine Mutter hat mich ausgepeitscht, weil ich einen Kochkessel zerbrochen habe, und ich bin weggelaufen, weil ich wütend war. Ich habe Angst. Lass mich zu meiner Mutter zurückkehren.« »Du darfst gehen,« sagte Cain. »Aber ich werde dich begleiten, Kind. Was ist, wenn ein anderer Löwe vorbeikommt? Es war sehr dumm, von dir wegzulaufen.« Sie wimmerte ein wenig. »Bist du nicht ein Gott?« »Nein, Suna. Ich bin nur ein Mensch, auch wenn meine Hautfarbe nicht die deine ist. Führe mich jetzt in dein Dorf.« Sie erhob sich zögernd und beäugte, ihn ängstlich durch das wilde Gewirr ihrer Haare. Auf Cain wirkte sie wie ein verängstigtes junges Tier. Sie ging voran, und Cain folgte ihr. Sie deutete an, dass ihr Dorf im Südosten lag, und ihr Weg führte sie näher an die Hügel heran. Die Sonne begann zu sinken, und das Gebrüll der Löwen hallte über das Grasland wieder. Cain blickte in den westlichen Himmel. Offenes Land war kein Ort, an dem er nachts überrascht werden konnte. Er blickte zu den Hügeln und sah, dass sie nur noch wenige hundert Meter von ihm entfernt waren. Er sah etwas, das eine Höhle zu sein schien. »Suna«, sagte er zögernd. »Wir können dein Dorf niemals vor Einbruch der Nacht erreichen. Wenn wir hier ausharren, werden uns die Löwen packen. Dort drüben ist eine Höhle, in der wir die Nacht verbringen können.« Sie schrak zurück und zitterte. »Nicht in die Hügel her«, wimmerte sie. »Lieber die Löwen.« Blödsinn. Sein Ton war ungeduldig. Er hatte genug vom Aberglauben der Eingeborenen. »Wir werden die Nacht in der Höhle dort drüben verbringen.« Sie diskutierte nicht weiter, sondern folgte ihm. Sie stiegen einen kurzen Abhang hinauf und standen vor dem Eingang der Höhle, einer kleinen Kammer, deren Wände aus festem Fels und deren Boden aus tiefem Sand bestand. »Sammle etwas trockenes Gras, Suna«, befahl Cain und stellte seine Muskete an die Wand des Höhleneingangs. »Aber geh nicht weit weg und halte Ausschau nach Löwen. Ich werde hier ein Feuer machen, das uns heute Nacht vor den Bestien schützen wird.« »Bring etwas Gras und Zweige mit, die du finden kannst, wie ein gutes Kind, und wir werden essen. Ich habe getrocknetes Fleisch in meinem Beutel und auch Wasser.« Sie warf ihm einen seltsamen, langen Blick zu und wandte sich dann ohne ein Wort ab. Cain riss das Gras in der Nähe aus, bemerkte, wie es von der Sonne versenkt und brüchig war, häufte es auf und schlug Feuerstein und Stahl aufeinander. Die Flamme sprang hoch und verschlang den Haufen im Nu. Er überlegte gerade, wie er genug Gras sammeln konnte, um die ganze Nacht ein Feuer zu unterhalten, als ihm bewusst wurde, dass er Besuch hatte. Cain war an groteske Anblicke gewöhnt, aber beim ersten Blick erschrak er, und eine leichte Kälte lief ihm über den Rücken. Zwei Männer standen schweigend vor ihm. Sie waren groß und hager und völlig nackt. Ihre Haut war staubschwarz und hatte einen grauen, aschigen Schimmer wie vom Tod. Ihre Gesichter waren anders als alle, die er je gesehen hatte. Die Brauen waren hoch und schmal, die Nasen riesig und schnauzenähnlich. Die Augen waren unmenschlich groß und unmenschlich rot. Als die beiden dort standen, schien es Cain, als ob nur ihre glühenden Augen lebten. Er sprach zu ihnen, aber sie antworteten nicht. Er lud sie mit einer Handbewegung zum Essen ein, und sie hockten sich schweigend in der Nähe des Höhleneingangs nieder, so weit weg von der Glut des Feuers, wie sie nur konnten. Cain wandte sich seinem Beutel zu und begann, die getrockneten Fleischstreifen herauszunehmen, die er bei sich trug. Einmal warf er einen Blick auf seine schweigenden Gäste. Es schien ihm, dass sie eher die glühende Asche seines Feuers beobachteten als ihn. Die Sonne war im Begriff hinter dem westlichen Horizont zu versinken. Ein rotes, grimmiges Glühn breitete sich über das Grasland aus, sodass es wie ein wogendes Meer aus Blut erschien. Cain kniete über seinem Beutel und sah, wie Sunna mit ihren Armen voller Gras und trockener Äste über den Rand des Hügels kam. Als er sie ansah, weiteten sich ihre Augen. Die Zweige fielen von ihren Armen und ihr Schrei durchbrach die Stille voller schrecklicher Warnung. Cain wirbelte auf seinen Knien herum. Zwei große Gestalten ragten über ihm auf, als er sich mit der geschmeidigen Bewegung eines springenden Leoparden erhob. Er hielt den Stab des Zauberers in der Hand und rammte ihn mit einer Wucht in den Körper des nächstbesten Gegners, die seine scharfe Spitze zwischen den Schultern des Mannes hervorschnellen ließ. Dann schlossen sich die langen, mageren Arme des anderen um ihn und die beiden gingen gemeinsam zu Boden. Die krallenartigen Nägel des Fremden bohrten sich in sein Gesicht und die hässlichen roten Augen starrten ihn mit einer schrecklichen Drohung an, während Cain sich wand und mit einem Arm die Klauenhände abwehrte und eine Pistole zog. Er drückte die Mündung dicht gegen die grausame Flanke und drückte ab. Bei dem dumpfen Knall zuckte der Körper des Fremden unter dem Aufprall der Kugel zusammen, aber die dicken Lippen klafften nur zu einem grausamen Grinsen auf. Ein langer Arm schob sich unter Cains Schultern, die andere Hand griff in sein Haar. Der Engländer spürte, wie sein Kopf unaufhaltsam zurückgedrängt wurde. Mit beiden Händen umklammerte er die Handgelenke des anderen, aber das Fleisch unter seinen verzweifelten Fingern war hart wie Holz. Cains Gehirn schwirrte, sein Genick drohte fast unter dem Druck zu brechen. Mit einer vulkanischen Anstrengung warf er seinen Körper nach hinten und brach den tödlichen Griff. Der andere war auf ihm und die Krallen griffen wieder zu. Cain fand die entladene Pistole und hob sie hoch und er spürte, wie der Schädel des Mannes wie eine Muschel einbrach, als er den langen Lauf mit aller Kraft nach unten schlug. Und wieder spalteten sich die krümmenden Lippen in furchterregenden Spott. Und nun wurde Cain fast von Panik ergriffen. Was war das für ein Mann, der immer noch mit rasenden Fingern nach seinem Leben trachtete, nachdem er angeschossen und tödlich niedergestreckt worden war? Sicherlich kein Mensch, sondern einer der Söhne des Satans. Bei diesem Gedanken riss sich Cain zusammen und stieß explosionsartig zu und die eng umschlungenen Kämpfer stürzten über die Erde und kamen in der schwelenden Asche vor dem Höhleneingang zum Liegen. Cain spürte die Hitze kaum, aber der Mund seines Gegners klaffte auf, diesmal in scheinbarer Todesangst. Die schrecklichen Finger lockerten ihren Griff und Cain sprang auf. Die wilde Kreatur mit dem zertrümmerten Schädel erhob sich auf einer Hand und einem Knie, als Cain zuschlug und zum Angriff zurückkehrte, wie ein hagerer Wolf zu einem verwundeten Bison. Er sprang zur Seite und landete mit voller Wucht auf dem sehnigen Rücken. Seine stellernen Arme suchten und fanden einen tödlichen Griff, und als sie zusammen zu Boden gingen, brach er dem anderen das Genick, sodass das hässliche, tote Gesicht über eine Schulter zurückblickte. Der Körper lag still, aber für Cain schien es, als sei er noch nicht tot, denn die roten Augen brannten noch immer mit ihren grausigen Leuchten. Der Engländer drehte sich um und sah das Mädchen, das an der Höhlenwand kauerte. Er suchte nach seinem Stab, der auf einem Haufen Staub lag, unter dem sich ein paar verfaulte Knochen befanden. Er starrte vor sich hin, sein Hirn raste, dann hob er mit einem Satz den Voodoo-Stab auf und drehte sich zu dem gestürzten Mann um. Sein Gesicht verzehrte sich in grimmige Linien, als er ihn hob. Dann stieß er ihn durch die wilde Brust. Und vor seinen Augen zerfiel der große Körper, löste sich zu Staub auf, während er entsetzt zusah, so wie der erste Gegner zerfallen war, als Cain den Stab zum ersten Mal gestoßen hatte. Kapitel 3 Traummagie »Großer Gott«, flüsterte Cain, »die Männer waren tot. Vampire, das ist das Werk des Satans.« Suna kroch zu seinen Knien und klammerte sich dort fest. »Das sind wandelnde, tote Männer, Herr«, wimmerte sie. »Ich hätte dich warnen müssen.« »Warum sind sie mir nicht auf den Rücken gesprungen, als sie herkamen?« fragte er. »Sie fürchteten das Feuer. Sie haben gewartet, bis die Glut ganz erloschen war.« »Woher kamen sie?« »Von den Hügeln. Hunderte von ihnen tummeln sich in den Felsen und Hühlen dieser Berge und ernähren sich von menschlichem Leben, denn sie erschlagen einen Menschen und verschlingen seinen Geist, sobald er seinen zitternden Körper verlässt.« »Ja, sie sind Seelenaussauger.« »Herr, zwischen den Größeren dieser Hügel gibt es eine stille Stadt aus Stein, und in den alten Zeiten, in den Tagen meiner Vorfahren, lebten dort diese Menschen. Sie waren Menschen aber. Sie waren nicht wie wir, denn sie beherrschten dieses Land schon seit ewigen Zeiten. Die Vorfahren meines Volkes führten Krieg gegen sie und töteten viele von ihnen, und ihre Zauberer machten alle Toten zu Menschen, die, wie diese waren. Am Ende starben alle. Und seit Ewigkeiten machen sie Jagd auf die Stämme des Dschungels, schleichen sich um Mitternacht und bei Sonnenuntergang von den Hügeln herab, um die Pfade des Dschungels heimzusuchen und zu töten und zu morden. Menschen und Tiere fliehen vor ihnen, und nur das Feuer kann sie vernichten.« »Hier ist das, was sie vernichten wird«, sagte Kane grimmig und hob den Voodoo-Stab. »Schwarze Magie, muss schwarze Magie bekämpfen, und ich weiß nicht, welchen Zauber Longa hier raufgelegt hat, aber...« »Du bist ein Gott«, entschied Suna laut. »Kein Mensch könnte zwei der wandelnden Toten besiegen, Herr. Kannst du diesen Fluch nicht von meinem Stamm nehmen? Wir können nirgendwo hinfliehen, und die Ungeheuer töten uns nach Belieben, wenn sie Wanderer außerhalb der Dorfmauern erwischen. Der Tod ist über dieses Land gekommen, und wir sterben hilflos.« Tief in Kane regte sich der Geist des Kreuzritters, das Feuer des Eifachers, des Fanatikers, der sein Leben dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis widmet. »Lass uns essen«, sagte er. »Dann werden wir ein großes Feuer am Eingang der Höhle machen. Das Feuer, das die Tiere fernhält, soll auch dieser Monster fernhalten.« Später saß Kane im Inneren der Höhle, das Kinn auf die geballte Faust gestützt, die Augen blickten ungläubig in das Feuer. Hinten im Schatten beobachtete Sunai ihn ehrfürchtig. »Gott der Heerscharen«, murmelte Kane. »Hilf mir! Meine Hand ist es, die den alten Fluch von diesem dunklen Land nehmen muss. Wie soll ich diese toten Unholde bekämpfen, die sie sterblichen Waffen nicht beugen? Feuer wird sie zerstören. Ein gebrochenes Genick macht sie hilflos. Ein Voodoo-Stab, der sie durchbohrt, zerbröselt sie zu Staub. Aber was nützt das? Wie kann ich mich gegen die Hunderte behaupten, die diese Hügel heimsuchen und für die die menschliche Lebensessenz gleichsam Leben bedeutet? Sind nicht, wie Suna sagt, in der Vergangenheit Krieger gegen sie vorgegangen, nur, um sie in ihre Stadt mit den hohen Mauern fliehen zu sehen, wo kein Mensch gegen sie kämpfen kann. Die Nacht zog sich hin. Suna schlief, die Wange auf ihren runden, mädchenhaften Armen gestützt. Das Gebrüll der Löwen erschütterte die Hügel, und noch immer saß Kane da und starrte grübelnd ins Feuer. Draußen war die Nacht erfüllt von Flüstern, Rascheln und Leisenschritten. Und manchmal, wenn Kane von seinen Meditationen aufblickte, schien er den Schimmer großer roter Augen hinter dem flackernden Licht des Feuers zu sehen. Die graue Morgendämmerung stahl sich über das Grasland, als Kane so nah wachrüttelte. Gott sei meiner Seele gnädig, dass ich mich in barbarische Magie vertieft habe, sagte er. Aber Dämonisches muss mit Dämonischem bekämpft werden. Vielleicht. Kümmert euch um das Feuer und weckt mich, wenn etwas Unerwartetes geschieht. Kane legte sich mit dem Rücken auf den Sandboden, legte den Voodo-Stab auf seine Brust und faltete die Hände darauf. Er schlief auf der Stelle ein. Und während er schlief, träumte er. Seinem schlummernden Ich erschien es, als ob er durch einen dichten Nebel ging, und in diesem Nebel begegnete er Nlonga, dem wahren Leben. Nlonga sprach, und die Worte waren klar und lebendig und prägten sich so tief in sein Bewusstsein ein, dass sie die Kluft zwischen Schlafen und Wachen überbrückten. Schicke dieses Mädchen bald nach Sonnenaufgang, wenn die Löwen in ihre Höhlen gegangen sind in ihr Dorf, sagte Nlonga. Und bitte sie, ihren Geliebten zu dir in diese Höhle zu bringen. Dort soll er sich mit dem Voodo-Stab in der Hand wie zum Schlummern hinlegen. Der Traum verblasste, und Kane wachte plötzlich auf und wunderte sich. Wie seltsam und lebendig war die Vision gewesen, und wie seltsam war es, Nlonga auf Englisch sprechen zu hören, ohne den üblichen Kauderwäsch. Kane zuckte mit den Schultern. Er wusste, dass Nlonga behauptete, die Macht zu besitzen, seinen Geist durch den Raum zu schicken, und er hatte selbst gesehen, wie der Voodo-Priester den Körper eines Toten belebte. Dennoch … »So nah«, sagte Kane und gab sein Problem auf. »Ich werde mit dir bis an den Rand des Dschungels gehen, und du musst weiter in dein Dorf laufen und mit deinem Geliebten hierher in diese Höhle zurückkehren.« »Krann?«, fragte sie naiv. »Wie auch immer sein Name ist.« »Iß, und dann gehen wir.« Erneut neigte sich die Sonne nach Westen. Kane saß in der Höhle und wartete. Er hatte das Mädchen sicher zu der Stelle gebracht, wo der Dschungel sich zum Grasland lichtete, und obwohl ihn sein Gewissen bei den Gedanken an die Gefahren, die ihr begegnen könnten, quälte, schickte er sie allein weiter und kehrte in die Höhle zurück. Er saß nun da und fragte sich, ob er nicht zu ewigen Flammen verdammt sein würde, weil er sich an der Magie eines schwarzen Zauberers zu schaffen machte, Blutsbruder hin oder her. Leichte Schritte ertönten, und als Kane nach seiner Muskete griff, trat Suna ein, begleitet von einem hochgewachsenen, prächtig gebauten Jüngling, dessen braune Haut verriet, dass er der gleichen Rasse angehörte wie das Mädchen. Seine weichen, verträumten Augen waren in einer Art ehrfürchtiger Anbetung auf Kane gerichtet. Offensichtlich hatte das Mädchen die Herrlichkeit dieses neuen Gottes in ihrer Erzählung nicht heruntergespielt. Er wies den Jungen an, sich wie befohlen hinzulegen und drückte ihm den Voodo-Stab in die Hand. Suna kauerte mit großen Augen an seiner Seite. Kane wich zurück, halb beschämt über diesen Mummenschanz und sich fragend, was wohl dabei herauskommen würde, wenn überhaupt. Zu seinem Entsetzen zuckte der Junge zusammen und erstarrte. Suna schrie und sprang aufrecht. Du hast Kran getötet, schrie sie und stürzte sich auf den Engländer, der sprachlos dastand. Dann hielt sie plötzlich inne, schwankte, strich sich mit einer Hand träge über die Stirn. Sie glitt hinunter und legte ihre Arme um den reglosen Körper ihres Geliebten. Und dieser Körper bewegte sich plötzlich, machte ziellose Bewegungen mit Händen und Füßen, setzte sich dann auf und löste sich aus den klammernden Armen des immer noch besinnungslosen Mädchens. Kran sah zu Kane auf und grinste. Ein verschmitztes, wissendes Grinsen, das in seinem Gesicht irgendwie fehl am Platze war. Kane schreckte auf. Diese sanften Augen hatten ihren Ausdruck verändert und waren nun hart und funkelnd und schlangenhaft. Nlongas Augen. »Ei ja«, sagte Kran mit einer grotesk vertrauten Stimme. »Blutsbruder, hast du keinen Gruß für Nlonga?« Kane schwieg. Sein Fleisch kribbelte widerwillig. Kran erhob sich und streckte seine Arme auf eine ungewohnter Art und Weise aus, als wären seine Glieder neu für ihn. Er klopfte sich anerkennend auf die Brust. »Ich? Nlonga«, sagte er in seiner alten, prahlerischen Art. »Mächtiger Ju-Ju-Mann!« »Blutsbruder, du kennst mich nicht, was?« »Du bist der Satan«, sagte Kane aufrichtig. »Bist du Kran oder bist du Nlonga?« »Ich, Nlonga«, versicherte der andere. »Mein Körper schläft in der Ju-Ju-Hütte an der Küste, die viele Wanderungen von hier entfernt ist. Ich leihe mir Krans Körper für eine Weile.« »Mein Geist reißt zehn Tagesmärsche in einem Atemzug, zwanzig Tagesmärsche in derselben Zeit.« »Mein Geist verlässt meinen Körper und verdrängt den von Kran.« »Und Kran ist tot.« »Nein, er ist nicht tot.« »Ich schicke seinen Geist für eine Weile ins Schattenland und auch den Geist des Mädchens, um ihm Gesellschaft zu leisten.« »Irgendwann kommt er zurück.« »Das ist das Werk des Teufels.« »Sagte Kane freimütig.« »Aber ich habe gesehen, dass du noch üblere Magie betreibst. Soll ich dich Nlonga oder Kran nennen?« »Kran-Kar.« »Ich bin Nlonga.« »Körper wie Kleider.« »Ich Nlonga jetzt hier.« Er klopfte sich auf die Brust. »Kran lebt hier weiter.« »Dann ist er Kran und ich bin Nlonga, so wie früher.« »Kran lebt nicht mehr hier. Nlonga lebt in diesem einen Körper.« »Blutsbruder.« »Ich bin Nlonga.« Kane nickte. Dies war in der Tat ein Land des Schreckens und der Verzauberung. Alles war möglich, sogar, dass die dünne Stimme von Nlonga aus der großen Brust von Kran zu ihm sprach und die schlangenhaften Augen von Nlonga aus dem hübschen jungen Gesicht von Kran zu ihm blinzelten. »Dieses Land kenne ich schon lange,« sagte Nlonga und kam zur Sache. »Mächtiger Juju.« »Diese Totenleute. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ich weiß, ich rede im Schlaf mit dir. Mein Blutsbruder will diese toten Kerle ausrotten, was?« »Das ist eine Sache, die gegen die Natur ist,« sagte Kane düster. »Sie sind in meinem Land als Vampire bekannt. Ich hätte nie erwartet, auf ein ganzes Volk von ihnen zu stoßen.« Kapitel 4 Die Stadt der Stille »Jetzt finden wir diese Stadt aus Stein,« sagte Nlonga. »Ja? Warum schickst du nicht deinen Geist aus, um diese Vampire zu töten?« fragte Kane müßig. »Der Geist muss einen anderen Körper haben, in dem er wirken kann,« antwortete Nlonga. »Schlaf jetzt. Morgen fangen wir an.« Die Sonne war untergegangen. Das Feuer glühte und flackerte im Höhleneingang. Kane blickte auf die reglose Gestalt des Mädchens, die dort lag, wo sie sich hingelegt hatte, und bereitete sich auf den Schlummer vor. »Wecke mich um Mitternacht,« mahnte er. »Und ich werde von da an bis zum Morgengrauen wachen.« Als Nlonga ihn schließlich am Arm rüttelte, erwachte Kane und sah, wie das erste Licht der Morgendämmerung das Land rötlich färbte. »Es wird Zeit, dass wir aufbrechen,« sagte der Beschwörer. »Aber das Mädchen, bist du sicher, dass sie lebt?« »Sie lebt, Blutsbruder.« »Dann, in Gottes Namen, können wir sie hier nicht irgendeinem umherstreifenden Unhold überlassen, der zufällig auf sie stoßen könnte.« »Oder ein Löwe könnte.« »Kein Löwe kommt.« »Der Geruch der Vampire hält sich noch, vermischt mit dem Geruch der Menschen.« »Ein guter Löwe mag keinen Menschengeruch und fürchtet die wandelnden toten Männer.« »Keine Bestie wird kommen.« Und »Er hob den Voodo-Stab und legte ihn über den Höhleneingang.« »Kein toter Mann wird jetzt hierher kommen.« »Kane sah ihn düster und ohne Begeisterung an.« »Wie wird dieser Stab sie beschützen?« »Dies, ein mächtiger Ju-Ju«, sagte Unlonga. »Siehst du, wie ein einzelner Vampir neben dieser Stange Staub aufwirbelt?« »Kein Vampir wagt es, ihn zu berühren oder sich ihn zu nähern.« »Ich habe ihn dir gegeben, weil man außerhalb der Vampirberge manchmal einen Toten im Dschungel trifft, wenn die Schatten schwarz sind. Nicht alle wandelnden toten Männer sind hier. Und alle müssen das Leben aus dem Menschen saugen, sonst verwesen sie wie totes Holz.« »Dann mach viele von diesen Stäben und bewaffne die Leute damit.« »Das geht nicht.« »Longas Kopf schüttelte sich heftig.« »Dieser Ju-Ju-Stab ist ein mächtiger Zauber. Alt. Sehr alt. Kein Mensch, der heute lebt, kann sagen, wie alt dieser Ju-Ju-Stab ist.« »Ich ließ meinen Blutsbruder schlafen und zauberte mit ihm, um ihn zu beschützen, als wir im Küstendorf Palawa machten. Heute gehen wir auf die Suche und laufen davon. Wir brauchen ihn nicht. Ich lasse ihn hier, um das Mädchen zu bewachen.« Cain zuckte mit den Schultern und folgte dem Zauberer, nachdem er einen Blick auf die reglose Gestalt geworfen hatte, die in der Höhle lag. Er hätte niemals zugestimmt, sie so leichtfertig zu verlassen, wenn er nicht in seinem Herzen geglaubt hätte, dass sie tot war. Er hatte sie berührt, und ihr Fleisch war kalt. Sie stiegen zwischen den kargen Hügeln hinauf, als die Sonne aufging. Immer höher kletterten sie, steile Lehmwänder hinauf, schlängelten sich durch Schluchten und zwischen großen Felsbrocken hindurch. Die Hügel waren mit dunklen, unheimlichen Höhlen übersät, an denen sie vorsichtig vorbeigingen, und Cains Fleisch kribbelte, als er an die grausigen Bewohner dieser Höhlen dachte. Denn ein Longa sagte, »Diese Vampire schlafen fast den ganzen Tag bis zum Sonnenuntergang in den Höhlen. Diese Höhlen sind voll von Toten.« Die Sonne stieg höher und brannte mit einer unerträglichen Hitze auf die kahlen Hänge herab. Die Stille brütete wie ein böses Ungeheuer über dem Land. Sie hatten nichts gesehen, aber Cain hätte schwören können, dass sich manchmal ein schwarzer Schatten hinter einem Felsbrocken auf sie zubewegte. »Diese Vampire verstecken sich tagsüber,« sagte Longa mit einem leisen Lachen. »Sie haben Angst vor einem Geier. Kein dummer Geier. Er kennt den Tod, wenn er ihn sieht. Er stürzt sich auf einen toten Menschen und zerreißt und frisst ihn, ob er nun liegt oder geht.« Ein starkes Schaudern erschütterte seinen Gefährten. »Oßer Gott,« rief Cain und schlug sich mit dem Hut auf den Oberschenkel. »Hat das Grauen in diesem abscheulichen Land kein Ende. Wahrlich, dieses Land ist den Mächten der Finsternis geweiht.« Cains Augen brannten mit einem gefährlichen Leuchten. Die schreckliche Hitze, die Einsamkeit und das Wissen um die Gräuel, die auf beiden Seiten lauerten, brachten selbst seine stählernen Nerven ins Wanken. »Behalte einen Hut auf, Blutsbruder,« mahnte in Longa mit einem leisen, amüsierten Glucksen. »Die Freundin Sonne haut dich um, wenn du nicht aufpasst.« Cain schob die Muskete, die er unbedingt bei sich haben wollte, beiseite und gab keine Antwort. Endlich erklommen sie eine Anhöhe und blickten auf eine Art Plateau hinunter. Und in der Mitte dieses Plateaus lag eine stille Stadt aus grauem, bröckelndem Stein. Cain wurde von einem Gefühl des unglaublichen Alters ergriffen, als er sie betrachtete. Die Mauern und Häuser bestanden aus großen Steinblöcken, doch sie verfielen immer mehr. Gras wuchs auf dem Plateau und hoch in den Straßen dieser toten Stadt. Cain sah keine Bewegung in den Ruinen. »Das ist ihre Stadt. Warum schlafen sie lieber in den Höhlen? Vielleicht, damit kein Stein vom Dach auf sie fällt und sie zerschmettert. Die Steinhütten fallen entzwei. Vielleicht, damit sie nicht zusammenbleiben. Vielleicht, damit sie sich nicht gegenseitig fressen.« »Schweigen«, flüsterte Cain, wie es über allem schwebt. »Die Vampire reden nicht und schreien nicht. Sie sind tot. Sie schlafen in Höhlen, wandern bei Sonnenuntergang und in der Nacht. Vielleicht, wenn die anderen Buschstämmer mit ihren Speeren kommen, gehen die Vampire in den Steinkraal und kämpfen hinter den Mauern.« Cain nickte. Die bröckelnden Mauern, die die tote Stadt umgaben, waren immer noch hoch und solide genug, um dem Angriff von Speerträgern zu widerstehen, vor allem, wenn sie von diesen schnauznasigen Unholten verteidigt wurden. »Blutsbruder«, sagte in Longa feierlich, »ich habe einen mächtigen magischen Gedanken. Sei ein Weilchen still.« Cain setzte sich auf einen Felsen und blickte grübelnd auf die kahlen Klippen und Hänge, die sie umgaben. In der Ferne im Süden sah er den grünen Ozean, der den Dschungel bildete. Die Entfernung verlieh der Szene einen gewissen Zauber. Ganz in der Nähe tauchten die dunklen Flecken auf, die die Mündungen der Höhlen des Grauens waren. Longa hockte da und zeichnete mit einer Deutschspitze ein seltsames Muster in den Lehm. Cain beobachtete ihn und dachte daran, wie leicht sie den Vampiren zum Opfer fallen könnten, wenn auch nur drei oder vier der Unholde aus ihren Höhlen kämen. Und noch während er das dachte, fiel ein schwarzer, schrecklicher Schatten auf den kauernden Priester. Cain handelte ohne bewusstes Nachdenken. Er schoss von dem Felsbrocken, auf dem er saß, wie ein Stein, der von einem Katapult geschleudert wurde, und sein Musketenschaft zerschmetterte das Gesicht des abscheulichen Wesens, das sich über sie hergemacht hatte. Zurück und zurück trieb Cain seinen unmenschlichen Feind, ohne ihm Zeit zu geben, innezuhalten oder einen Angriff zu starten und schlug ihn mit der Wucht eines rasenden Tigers. Am Rande der Klippe schwankte der Vampir, dann kippte er um, stürzte hundert Fuß in die Tiefe und blieb windend auf den Felsen des Plateaus liegen. Longa war auf den Beinen und deutete, die Hügel gaben ihre Toten preis. Aus den Höhlen schwärmten sie aus, die schrecklichen schwarzen Stummengestalten. Sie stürmten die Hänge hinauf und kletterten über die Felsen, und ihre roten Augen waren alle auf die beiden Menschen gerichtet, die über der stillen Stadt standen. Die Höhlen spuckten sie aus in einem unheiligen jüngsten Gericht. Longa wies auf einen Felsen in einiger Entfernung und rannte mit einem Ruf hastig darauf zu. Cain folgte ihm. Hinter Felsbrocken griffen krallenbewährte Hände nach ihnen und zerrissen ihre Gewänder. Sie rannten an Höhlen vorbei und mumifizierte Ungeheuer kamen aus der Dunkelheit gekrochen, um sich mit lautlosem Gekicher der Verfolgung anzuschließen. Die toten Hände waren ihnen dicht auf den Fersen, als sie den letzten Abhang hinaufkletterten und auf einem Felsvorsprung standen, der den Gipfel der Klippe bildete. Die Unholde hielten einen Moment inne. Dann stürmten sie hinter ihnen her. Cain schlug mit seiner Muskete auf die rotäugigen Gesichter ein und stieß die hochschnellenden Hände zur Seite. Sie erhoben sich wie eine große Welle, erschwang seine Muskete in einer stillen Wut, die der Iren entsprach. Die Welle brach und wankte zurück, dann kam sie wieder. Er konnte sie nicht töten. Diese Worte schlugen auf sein Gehirn ein wie ein Schlitten auf einen Amboss, während er mit seinen krachenden Schwüngen holzartiges Fleisch und tote Knochen zerschmetterte. Er schlug sie nieder, schleuderte sie zurück, aber sie erhoben sich und kamen wieder. Das konnte nicht von Dauer sein. Was in Gottes Namen tat Nlongada? Cain warf einen raschen, gequälten Blick über seine Schulter. Der Beschwörer stand auf dem höchsten Punkt des Vorsprungs, den Kopf zurückgeworfen, die Arme wie zur Beschwörung gehoben. Cains Sicht verschwamm, als er die hässlichen Gesichter mit den roten, starrenden Augen sah. Die vorderen Gesichter waren schrecklich anzusehen, denn ihre Schädel waren zertrümmert, ihre Gesichter eingefallen und ihre Gliedmaßen gebrochen. Doch sie gingen weiter und die hinteren griffen über die Schulter nach dem Mann, der sich ihnen widersetzte. Cain war rot besudelt, aber das Blut war seins. Aus den langgezogenen Adern dieser Ungeheuer ran kein einziger Tropfen warmes rotes Blut. Plötzlich kam von hinten ein langer, durchdringender Schrei. Von Nlonga. Über dem Krachen der einschlagenden Muskete und dem Zerschmettern der Knochen klang sie hoch und klar. Die einzige Stimme, die sich in diesem schrecklichen Kampf erhob. Die Welle von Vampiren umspülte Cains Füße und riss ihn zu Boden. Scharfe Krallen zerrten an ihm, schlaffe Lippen saugten an seinen Wunden. Er rappelte sich wieder auf, zerzaust und blutig, und machte sich mit einem krachenden Schwung seiner zersplitternden Muskete eine Lücke frei. Dann schlossen sie wieder auf, und er ging zu Boden. Das ist das Ende, dachte er, aber schon in diesem Augenblick ließ der Druck nach, und der Himmel war plötzlich von dem Schlag großer Flügel erfüllt. Dann war er frei und taumelte hoch, blind und schwindelig, bereit, den Kampf zu erneuern. Er blieb wie erstarrt stehen. Die Vampirhorde floh den Hang hinunter, und über ihren Köpfen und dicht an ihren Schultern flogen riesige Geier, die eifrig bissen und rissen, ihre Schnäbel in das tote Fleisch versenkten und die Kreaturen verschlangen, während sie flohen. Cain lachte. Fast wahnsinnig. Trotz den Menschen und Gott. Aber die Geier könnt ihr nicht täuschen, ihr Söhne des Satans. Sie wissen, ob ein Mensch lebt oder tot ist. Longa stand wie ein Prophet auf der Spitze, und die großen schwarzen Vögel flogen und kreisten um ihn herum. Seine Arme fuchtelten noch immer, und seine Stimme schrie noch immer über die Hügel hinweg. Und über den Himmel kamen sie, Horden über Horden. Geier, Geier, Geier. Sie kamen zu dem Festmahl, das ihnen so lange verwehrt war. Sie schwärzten den Himmel mit ihrer Zahl, löschten die Sonne aus. Eine seltsame Dunkelheit legte sich über das Land. Sie ließen sich in langen, düsteren Reihen nieder und stürzten sich mit schwirrenden Flügeln und klappernden Schnäbeln in die Höhlen. Ihre Krallen rissen an den bösen Schrecken, die diese Höhlen ausspuckten. Jetzt flohen alle Vampire in ihre Stadt. Die lange aufgestaute Rache war über sie hereingebrochen, und ihre letzte Hoffnung waren die schweren Mauern, die die verzweifelten menschlichen Feinde zurückgehalten hatten. Unter diesen bröckelnden Dächern konnten sie Schutz finden, und Nlonga sah zu, wie sie in die Stadt strömten, und er lachte, bis die Felsen wiederhalten. Nun waren sie alle drin, und die Vögel ließen sich wie eine Wolke über der dem Untergang geweihten Stadt nieder, hockten in festen Reihen in den Mauern und wetzten ihre Schnäbel und Krallen an den Türmen. Und Nlonga schlug mit Feuerstein und Stahl auf ein Bündel trockener Blätter, das er mitgebracht hatte. Das Bündel ging sofort in Flammen auf, und er richtete sich auf und schleuderte das brennende Ding weit über die Klippen hinaus. Es fiel wie ein Meteor auf das darunter liegende Plateau und sprühte Funken. Das hohe Gras der Hochebene ging in Flammen auf. Aus der stillen Stadt unter ihnen strömte die Angst in unsichtbaren Wellen wie ein weißer Nebel. Kane lächelte grimmig. »Das Gras ist durch die Trockenheit dürr und spröde«, sagte er. »Es hat in dieser Jahreszeit noch weniger geregnet als sonst. Es wird schnell brennen.« Wie eine karmesinrote Schlange zog sich das Feuer durch das hohe, abgestorbene Gras. Es breitete sich aus und griff um sich, und Kane, der hoch oben stand, spürte noch immer die furchterregende Intensität der Hunderten von roten Augen, die von der steinernen Stadt aus zusahen. Jetzt hatte die scharlachrote Schlange die Mauern erreicht und bäumte sich auf, als wolle sie sich über ihnen winden und krümmen. Die Geier erhoben sich mit heftigen Flügelschlägen und stiegen widerstrebend in die Höhe. Ein unbändiger Windstoß peitschte die Flammen umher und trieb sie in einem langen roten Tuch um die Mauern. Jetzt war die Stadt von allen Seiten von einer massiven Flammenwand umgeben. Das Gebrüll drang bis zu den beiden Männern auf dem hohen Felsen vor. Funken flogen über die Mauern und entzündeten das hohe Gras auf den Straßen. Zahlreiche Flammen sprangen empor und wuchsen mit erschreckender Geschwindigkeit. Ein roter Schleier hüllte Straßen und Gebäude ein, und durch diesen purpurnen, wirbelnden Nebel sahen Kane und Nlonga hunderte von dunklen Gestalten umherhuschen und sich winden, um plötzlich in roten Flammen zu verschwinden. Ein unerträglicher Geruch von verfaultem, brennendem Fleisch stieg auf. Kane starrte ehrfürchtig. Dies war wahrlich eine Hölle auf Erden. Wie in einem Albtraum blickte er in den tosenden roten Kessel, in dem dunkle Insekten gegen ihren Untergang ankämpften und veränderten. Die Flammen sprangen hundert Fuß hoch in die Luft, und plötzlich ertönte über ihrem Gebrüll ein bestialischer, unmenschlicher Schrei, wie ein Schrei aus den namenlosen Abgründen des kosmischen Raums, als ein sterbender Vampir die Ketten des Schweigens brach, die ihn seit unzähligen Jahrhunderten gehalten hatten. Hoch und eindringlich stieg er auf, der Todesschrei einer aussterbenden Rasse. Dann erloschen die Flammen plötzlich. Die Feuersbrunst war ein typisches Grasfeuer gewesen, kurz und heftig. Jetzt war das Plateau eine geschwärzte Fläche und die Stadt eine verkohlte und rauchende Masse aus bröckelndem Stein. Kein einziger Leichnam war zu sehen, nicht einmal ein verkohlter Knochen. Über allem schwirrten die dunklen Schwärme der Geier, aber auch sie begannen sich zu zerstreuen. Kein starrte gierig in den klaren, blauen Himmel. Wie ein starker Seewind, der den Nebel des Grauens lichtet, erschien ihm der Anblick. Von irgendwoher ertönte das schwache und ferne Brüllen eines weit entfernten Löwen. Die Geier flatterten in schwarzen, verstreuten Reihen davon. Kapitel 5 Zusammenkunft beendet Cain saß am Eingang der Höhle, in der Sunna lag, und ließ sich von dem Priester verbinden. Die Kleider des Puritaners hingen in Fetzen um seinen Körper. Seine Gliedmaßen und seine Brust waren tief aufgerissen und dunkel geprellt. Aber er hatte bei dem tödlichen Kampf auf der Klippe keine lebensgefährlichen Wunden erlitten. »Mächtige Männer sind wir«, erklärte Nlonga mit tiefer Zustimmung. »Die Vampirstadt ist jetzt still. Ganz sicher. Kein wandelnder Toter lebt in diesen Hügeln.« »Ich verstehe nicht«, sagte Cain und stützte das Kinn auf die Hand. »Sag mir, Nlonga, wie hast du die Dinge gemacht? Wie hast du in meinen Träumen mit mir gesprochen? Wie bist du in den Körper von Kran gekommen? Und wie hast du die Geier gehufen?« »Mein Blutsbruder«, sagte Nlonga und legte seinen Stolz in sein falsches Englisch, um in die Sprache des Flusses zu wechseln, die Cain verstand. »Ich bin so alt, dass du mich einen Lügner nennen würdest, wenn ich dir mein Alter sagen würde. Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit Magie beschäftigt. Zuerst zu Füßen der mächtigen Ju-Ju-Männer des Südens und des Ostens. Dann war ich ein Sklave, der Bukra, und habe noch mehr gelernt. Mein Bruder. Soll ich all diese Jahre in einem Augenblick überbrücken und dir mit einem Wort verständlich machen? Wofür ich so lange gebraucht habe, um es zu lernen? Ich konnte dir nicht einmal begreiflich machen, wie diese Vampire ihre Körper vor dem Verfall bewahrt haben, indem sie das Leben von Menschen tranken. Ich schlafe, und mein Geist geht über den Dschungel und die Flüsse hinaus, um mit den schlafenden Geistern meiner Freunde zu sprechen. Auf dem Voodoo-Stab, den ich dir gegeben habe, liegt ein mächtiger Zauber, ein Zauber aus dem alten Land, der meinen Geist anzieht, wie der Magnet eines weißen Mannes Metall anzieht. Cain hörte wortlos zu und sah zum ersten Mal in Nlongas funkelnden Augen etwas stärkeres und tieferes als das eifrige Glitzern des Meisters der schwarzen Magie. Cain schien es fast, als blicke er in die hellsichtigen und mystischen Augen eines alten Propheten. Ich habe im Traum zu dir gesprochen, fuhr Nlonga fort, und ich habe die Seelen von Kran und Suna in einen tiefen Schlaf ersetzt und sie in ein fernes, düsteres Land gebracht, aus dem sie bald zurückkehren werden, ohne sich zu erinnern. Alle Dinge beugen sich der Magie, Blutsbruder, und Tiere und Vögel gehorchen den Worten des Meisters. Ich wirkte starken Voodoo, Geiermagie und fliegende Völker der Lüfte versammelten sich auf meinen Ruf. Diese Dinge kenne ich und bin ein Teil davon. Aber wie soll ich dir davon erzählen, Blutsbruder, du bist ein mächtiger Krieger, aber in den Wegen der Magie bist du wie ein kleines Kind verloren. Und was mich lange dunkle Jahre gekostet hat, um es zu erkennen, darf ich dir nicht verraten, damit du es verstehst. Mein Freund, du denkst nur an böse Geister. Aber wenn meine Magie immer schlecht wäre, sollte ich dann nicht diesen schönen, jungen Körper anstelle meines alten, faltigen Körpers nehmen und ihn behalten? Aber Krann soll seinen Körper sicher zurückbekommen. Behalte den Voodoo-Stab, Blutsbruder. Er hat mächtige Kraft gegen alle Zauberer, Schlangen und bösen Dinge. Jetzt kehre ich in das Dorf an der Küste zurück, wo mein wahrer Körper Schläf. Und was ist mit dir, mein Blutsbruder? Cain wies stumm nach Osten. Der Ruf wird nicht schwächer. Ich gehe. Longa nickte und streckte seine Hand aus. Cain ergriff sie. Der mystische Ausdruck war aus dem Gesicht des Zauberers gewichen und seine Augen funkelten mit einer Art reptilienhafter Heiterkeit. Ich gehe jetzt, Blutsbruder, sagte der Alte und kehrte zu seinem geliebten Kauderwelsch zurück, auf dessen Kenntnis er stolzer war als auf alle seine Zaubertricks. Nimm dich in Acht. Dieser Freund, der Dschungel, wird dir noch die Knochen ausreißen. Denk an den Voodoo-Zauberstab, Bruder. Ah ja, Zusammenkunft beendet. Er ließ sich auf den Sand zurückfallen und Cain sah, wie der scharfe, verschlagene Ausdruck von Longa aus dem Gesicht von Krann verschwand. Sein Fleisch krippelte wieder. Irgendwo an der Sklavenküste rührte sich der Körper von Longa, welk und faltig, in der Jujo-Hütte und erhob sich wie aus einem tiefen Schlaf. Cain erschauderte. Krann setzte sich auf, gähnte, streckte sich und lächelte. Neben ihm erhob sich das Mädchen Suna und rieb sich die Augen. Herr, sagte Krann entschuldigen. Wir haben wohl geschlummert. Solomon Cain. Die Hügel der Toten. Von Robert E. Howard. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Dieses Video wird unterstützt von Aquarius Girl, Michael Simnacher, Christian Santer, Savas 420, Linkas YouTube, Alexander Grube, Floß, Volker Schulz und Adrian Müller. Vielen Dank.